Herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Overground-Video. Wir bauen heute den Raketenshop. Denn wir haben ihn geclained und ja, es wird immer gebettelt, dass wir ihn endlich bauen. Darum bauen wir ihn heute und ich würde sagen, vom Design her, sieht er so aus wie im Raketensimulator und ich würde sagen, teilen, let's go! Das war's. 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 Das war's.